Ja, auch ich grüße Sie sehr herzlich zu der letzten regulären Sitzungswoche. Die nächste Woche ist ja eine Haushaltswoche und danach gehen wir in die Sommerpause. Wobei ja im Moment niemand genau weiß, ob es da eine Sommerpause gibt oder was denn passieren wird. Niemand hat für möglich gehalten, dass schon nach 100 Tagen dieser Koalition wir in solch chaotischen Verhältnissen stecken. Ich will zu zwei Dingen etwas sagen heute hier. Das erste ist zu dem heutigen Thema der Mindestlohnkommission, die ja die Mindestlöhne festgesetzt hat. Sie alle haben gehört, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr auf 9,19 Euro angehoben werden soll und im Jahre 2020 dann auf 9,35 Euro. Ich will ganz klar und deutlich sagen, ich empfinde diese bescheidene Erhöhung wirklich als einen schlechten Scherz. Wir müssen bei dieser Erhöhung erstens bedenken, dass es 1,1 Millionen Aufstocker in unserem Land gibt, die schon jetzt zu ihrem Lohn aufstocken müssen. Inakzeptabel, das ist durch eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns schnell zu reduzieren. Zweitens gibt es 1,8 Millionen Menschen, die um den Mindestlohn in Deutschland betrogen werden, wo es Ausnahmeregelungen gibt, die nicht unter die Mindestlohnregelung fallen. Und drittens, wir als Linke haben, und das finde ich ist ein schlagender Beweis, dass dieser Mindestlohn viel zu niedrig ist. Wir hatten das Bundesarbeitsministerium gefragt, wie hoch denn der Mindestlohn sein müsste, dass man, wenn man dann Rente bekommt, nicht in Grundsicherung im Alter fällt. Und die Antwort des Ministeriums war 12,63 Euro. Nach 45 Jahren hat man dann die Chance, über der Grundsicherung im Alter zu liegen. Das ist doch ein klarer Hinweis, dass das die Größe ist, die man dann auch umsetzen muss. Und deswegen ist das heutige Ergebnis wirklich als kläglich zu bezeichnen, gerade auch, wenn man Vergleiche sieht mit Ländern, die um uns herum sind. In Luxemburg beträgt der Mindestlohn 11,55 Euro. In den Niederlanden ist er über 10 Euro. Und auch in Frankreich ist er schon jetzt bei 9,76 Euro. Das sollte gerade für den Exportweltmeister Deutschland ein Hinweis sein, denn die Exportüberschüsse haben die Probleme, die wir ja in Deutlichkeit aktuell in Europa spüren, befördert. Und da sollte ökonomisch eine andere Weiche gestellt werden. Also deutliche Kritik von uns an der Höhe dieses Mindestlohns und die Aufforderung an die Bundesregierung, hier Druck zu machen, damit diese Schneckenentwicklung so nicht fortgeführt wird. Zweitens möchte ich natürlich, wie eben bereits angekündigt, etwas zu der aktuellen Situation in der Koalition sagen. Heute Abend tagt nun der Koalitionsausschuss. Das, was die drei Parteien anbieten, sind Chaos-Tage. Sie schaffen eine Situation, die eine Verunsicherung in unserem Land in Größenordnung mit sich bringt. Mit Ihrem Agieren verunsichern Sie unsere europäischen Partner. Das ist unverantwortlich. Die Kanzlerin ist offensichtlich aktuell nicht in der Lage, selbst Ihre Fraktionsgemeinschaft auf CDU und CSU zusammenzuhalten. Das, was da von Herrn Seehofer und von den Bayern zelebriert wird, ist inakzeptabel. Aber man muss auch feststellen, die jetzige Situation, die wahrhaftig nicht in dem Streit um die Einreise an den Grenzen geht, sondern es ist ein viel grundsätzlicher Streit, der ist entstanden, weil es 15 Jahre Politik von Angela Merkel gegeben hat, die unser Land gespalten hat und die auch Europa gespalten hat. Und wenn die CSU sich jetzt so hinstellt, als hätte sie damit nichts zu tun, die Partei ist genauso lange in Regierungsverantwortung wie Angela Merkel. Und das, was Sie schon vor den Wahlen zelebriert haben, dass hier der Rechtsstaat nicht mehr gilt und vieles andere mehr, wird jetzt fortgeführt. Diese Situation ist so nicht zu akzeptieren. Frau Merkel sollte sich der Vertrauensfrage stellen, um sich zu vergewissern, ob sie überhaupt eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat. Letztlich bin ich einigermaßen entsetzt, dass ich seitens der SPD lange Zeit gar nichts gehört habe und jetzt zaghafte Bemerkung, dass es so nicht weitergeht. Ich kann die Bundesregierung nur auffordern, schnellstmöglich Entscheidungen zu treffen, im Parlament Dinge wie diesen Punkteplan zu debattieren und nicht halböffentliche Papiere zum Anlass von Auseinandersetzungen zu machen. Das jetzige ist so nicht fortsetzbar. In diesen 14 Tagen mit der Entscheidung dann zum Bundeshaushalt in der nächsten Woche muss Klarheit hergestellt werden. Es kann auch sein, dass diese Klarheit mit dem Ende der Koalition einhergeht. Dann ist das so, dann müssen die Bürgerinnen und Bürger gegebenenfalls neu befragt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017